Winter-Trainingslager. Am Wochenende war das Team des österreichischen Fußball-Bundesligisten SV Ried zu Gast im Johannesbad Bad Füssing. Dort bereiteten sich die Spieler des Tabellenfünften auf die zweite Saisonhälfte vor. Unter der Anleitung eines Physiotherapeuten nutzen sie das breite Angebot des Medical Fitness Centers. Das Training an Cardio-, Kraft- und Sequenzgeräten sollte dabei die Regeneration fördern und eine Grundlagenausdauer herstellen. Es war bereits der zweite Besuch des Esferit im Johannesbad.